Schau Miraculous Ladybug im Disney Channel Danke, Adrien. Ja! Sieh mal, im Salat sind heute Palmherzen. Oh ja, Palmen. Sie erinnern mich an den Strand. Und die Herzen, erinnern die dich auch an irgendwas? Ja, natürlich. Sie erinnern mich an das Herz des Strandes. Sehr großzügig, dass du Marinette Adrien so nahe kommen lässt. Großzügig? Was heißt das? Alliance, erkläre großzügig. Ich verstehe deine Frage nicht richtig. Ach, nie funktioniert das Ding. Sabrina? Alliance, bitte erkläre großzügig. Freigebig geben oder schenken? Was? Geben? Schenken? Ich bin auf keinen Fall großzügig. Ich werde diese Dupont-Schenk fertig machen. Alles in Ordnung, Marinette? Wenn du noch nicht so weit bist, ist das okay? Doch, ich krieg das hin. Wir können auch einfach nur Freunde sein, wenn du das willst. Nein, ich will nicht mit dir befreundet sein. Ich verstehe. Nein, so hab ich's nicht gemeint. Oh, meine Hand wird mir gehorchen. Gut, du bist wieder da, wo du hingehörst. Bäckermädchen. Am Boden, als mein Fußabtreter. Chloe, geh bitte an deinen Platz zurück. Sei nicht so nett zu dem Bäckermädchen, Adrie-Cherry. Du machst dir falsche Hoffnungen, denn weißt du was? Nein, darauf kommst du nie. Es ist zu lächerlich. Marinette Dupont-Schenk ist total in dich verknallt. Man vorsaut nicht die Geheimnisse anderer heraus. Das ist sehr gemein. Ein Bäckermädchen, das denkt, es könnte mit einem reichen, berühmten Model zusammen sein. Guter Scherz. Ist witzig, oder? Oder? Sabrina? Oh ja, sehr witzig, Chloe. Es reicht jetzt, Chloe. Lass sie einfach in Ruhe. Ihr lacht nicht, weil ihr da noch etwas fehlt. Eine kleine Gesichtsmaske. Mal sehen, wie ihr der Kuchen schmeckt. Ich rufe Maman an und lass dich in die Höhle zurückschicken, aus der du gekrochen bist. Vielleicht muss ich nach New York zurück, vielleicht auch nicht. Aber du wirst dich jetzt wieder auf deinen Platz setzen und Marinette in Ruhe lassen. Du bist noch schlimmer als sie. Ja! Und ihr alle seid noch schlimmer als die beiden. Ich mach euch fertig!